Mein Name ist Mitch von Two's Creek. Ich bin ein Überlebner des Coronavirus in Bremen. Ich sende über Instagram und auf YouTube. Ich bin jeden Dienstag auf diesem Kanal zu finden, wenn die Sonne aufgeht. Wenn ihr da draußen seid. Wenn irgendjemand da draußen ist. Ich kann Unterhaltung bieten. Ich kann Spaß bieten. Ich kann Filmfakten bieten. Wenn irgendjemand da draußen ist. Irgendjemand. Bitte. Du bist nicht allein. Angeln Ich bin jön. Es ist auch ein Kannstache. Ich bin alleine. Ich bin alleine. Untertitelung. BR 2018